Und Gott sprach, es werde Licht. Deutschland, Deutschland, über alles. Und Gott sah, dass das Licht gut war. Da schied Gott das Licht von der Finsternis und nannte das Licht Tag. Und die Finsternis nach dem Krieg. Ich schwöre, dass sich meine Kraft dem Wohle des deutschen Volkes widmen, seinen Nutzen nähren, Schaden von ihm wenden, das Grundgesetz und die Gesetze des Bundes wahren und verteidigen, meine Pflichten gewissenhaft erfüllen und Gerechtigkeit gegen jedermann üben werde. So wahr mir Gott helfe. Spend in the naked light I saw 10,000 people, maybe more People talking without speaking People hearing without listening People writing songs That voices never share And no one dare Disturb the sound Of silence Who said I do not know Silence like the cancer grows Feel my world Hear my world Hear my world ��io Take — Take Explain Proverbs пишen And my words like the silent raindrop spell Untertitelung des ZDF, 2020 Europa ist nicht Lampedusa. Europa ist unsere Kultur. Europa ist nicht die Organisation von Brüssel und weder eine Währung noch eine Zentralbank. Europa ist nicht die afrikanische Welt und auch kein islamisches Land. Europa ist eine Identität, die der europäischen und christlichen Kultur. Ich glaube an die spezifischen Eigenschaften der Europäer, die vorübergehend sich in Schlafe befinden. Das Erwachen wird kommen. Das Erwachen wird kommen. Und wie geht's weiter? Du weißt, wie es weitergeht. Kurz darauf hinweisen, weil meine Zeit auch so gut wie vorbei ist.